hey freunde und damit herzlich willkommen zur letzten schneemando herausforderung schüre ein lagerfeuer das ganze müssen wir zweimal machen ich mache das ganze in gruppenkeile weil wir da schon 150 holz haben so springen wir mal rein in der runde so ich markiere euch das mal hier unten ich mache das bei camp caught weil wir da zwei lagerfeuer haben so jetzt fliegen wir hier ganz unten links zum steg genau am rand steht schon das erste lagerfeuer ich markiere ich das vorher noch mal eins so jetzt laufen wir hier an der seite hoch so laufen hier am rand lang so und jetzt laufen wir in die mitte so und da oben wie ihr seht gleich das zweite so ich markiere ich das mal nicht die waffe nicht die waffe so hier das lagerfeuer so jetzt sind wir das an und schön das 1 und 2 kurz abwarten sagt dann noch mal zwei von zwei so wenn wir die aufgabe fertig haben kommen wir hier einmal xp und die konfetti lackierung wenn ich euch damit helfen konnte lasst mir gerne gleich unten abo da und bis dahin sehen wir uns zum nächsten clip ciao